So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Durchsuche Truhen und Munitionskisten bei IO Außenposten. Wir gehen mal gerade rauf auf die Aufgabe. Ihr seht, hier sind die 5 Punkte. Sucht euch einfach einen davon aus. Dort einfach landen und wie der Name schon sagt, entweder halt Munitionskisten oder normale Kisten aufmachen. Denkt dran, das Ganze wird natürlich wieder nicht ganz so leicht sein, weil ihr natürlich auch nicht alleine dort landet. Ich muss gerade gucken, wo hier eine Kiste ist. Ja, die ist doch noch eins höher. Noch eins höher. Also tiefer? Natürlich, sind wir tiefer. Warte mal gucken, ob ich hier den Move... Ja, der Move hat nicht geklappt. Die ist da in der Etage. Ja, ja. Ja, du bist der Beste. Durchziehen. Nein, ich will nicht sterben. Aus der Nummer rauskommen mit 2 XP. Aber ich denke mir, ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Einfach, weil, wie gesagt, an so einem Außenposten landen. Wahrscheinlich 2, 3 Mal, bis ihr es dann geschafft habt. Und mehr müsst ihr halt nicht machen. In dem Sinne, ganz easy XP. Kann man schon wieder fast als XP-Clitch verkaufen. Da ist auch noch ein Gegner drin. Ach Gott. So, ich gucke jetzt erstmal weiter nach den Aufgaben. Such mir dann mal noch eine andere Basis. Und in dem Sinne würde ich euch sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.